Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den großen Nord Stream 2 Verlierer, einen galaktischen Gewinner und eine erfolgreiche Frühstücksaktie. Im Thema des Tages beantworten wir die Frage, was macht eigentlich eBay? Und in der AAA-Idee präsentieren wir euch das frisch geschnürte Verbraucherentlastungspaket der Bundesregierung. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Anja Ettl und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Donnerstag, der 24. Februar und wir wünschen euch einen erfolgreichen Start in den Tag. An der Börse ist es im Moment zugegebenermaßen ganz schön schwierig, erfolgreich zu sein. Minuszeichen, wo man nur blickt bei den großen Indizes. Beim DAX ging es ja sogar noch. Der beendete den Handel mit minus 0,4 Prozent, nur etwas schwächer und ging mit 14.613 Punkten aus dem Handel. Aber dann, ja, die Wall Street, minus 1,4 Prozent beim Dow Jones. Das war übrigens der vierte Rückgang in Serie. Minus 1,8 Prozent beim S&P 500 und minus 2,6 Prozent bei der Nasdaq. Ja, und dabei sah es so bis zum Nachmittag eigentlich ganz gut aus. Aber dann, dann kamen Berichte rein über eine Cyberattacke auf die Webseite der ukrainischen Regierung und auf Banken in der Ukraine. Und das hat die Märkte dann nervös gemacht. Zu den Gewinnern im DAX gehörte die Porsche SE mit plus 4,6 Prozent. Außerdem Beiersdorf und Henkel mit je 2 Prozent. Also genau zwei der Werte, die es seit dem jüngsten Ausbruch der Russlandkrise ja eigentlich sehr schwer haben. Darüber haben wir am Mittwoch ausführlich gesprochen. Jetzt ging es mal wieder ein bisschen nach oben. Auch bei Siemens Helsenius und Beiers griffen die Investoren zu. Beide haben ungefähr ein Prozent dazu gewonnen. Ja, wie von uns schon prophezeit gerieten die Aktien von Unipair. Wegen ihres finanziellen Engagements bei der Gaspipeline Nord Stream 2 stark unter Druck. Die Aktie des Energiekonzerns aus dem MDAX fielen um bis zu 12,6 Prozent auf einen Siebenmonatstief. Nachdem die Bundesregierung das Milliardenprojekt wegen des Konflikts zwischen Russland und Ukraine vorerst auf Eis gelegt hat, will US-Präsident Joe Biden einem CNN-Bericht zufolge weitere Sanktionen gegen die ausfielende Firma, die ja Nord Stream 2 AG heißt, bewilligen. Also da wird Unipair noch richtig leiden wahrscheinlich die nächsten Tage und Wochen. Ja, klingt so ein bisschen danach, ne? Ne, klar, das finde ich relativ logisch eigentlich. Aber wir werden es ja sehen. Und an der Wall Street, da konnte das Weltraumtourismusunternehmen Virgin Galactic positiv überraschen. Die Aktie, die hat zeitweise mehr als 12 Prozent dazugewonnen. Dabei ist es natürlich nicht geblieben, aber am Ende standen immerhin noch ein Plus von 4 Prozent da. Grund, der Quartalsverlust ist geringer als erwartet ausgefallen. Und naja, das kann ja manchmal schon reichen. Anlegern hat auch die verbesserte Liquiditätslage der Firma gefallen. Und die Analysten von Jefferies, die schreiben dazu, nach unseren Schätzungen sollten die Einnahmen im Jahr 2023 stark steigen, da Virgin Galactic damit beginnt, mehr Flüge anzubieten, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Na dann. Ich glaube überhaupt nicht an diesen Laden. Und allein schon den Chef, Richard Branson heißt er doch. Also die hat sich auch katastrophal entwickelt, die Aktie. Ich glaube, diese 4 Prozent sind ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber werden Sie sehen, vielleicht sind das auch alles Visionäre und das wird richtig groß. Einen richtig guten Tag hatte auch Caddis Design Systems. Was du da immer auspackst. Ja, habe ich vorher auch noch nie gehört. Aber die tauchten an dem schwachen Tag mit einem Plus von über 4 Prozent da auf in der Nasdaq-Gewinnerliste. Und das war insgesamt einer von nur 8 Gewinnern am gestrigen Tag. Das Unternehmen stellt unter anderem Softwarelösungen für die Halbleiterbranche her und hat jetzt ziemlich starke Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt. Okay. Und wir müssen noch über eine Frühstücksaktie reden. Nochmal Frühstück. Ja, völlig richtig. Wir hatten ja gestern die Donuts-Aktie, die das düstere Bild etwas aufbesserte und so. Es ist jetzt heute ein Kaffeepapier. Jakobs, Duwe, Eckbets, Petz. Den Namen dürften nicht so viele kennen. Ist auch ziemlich kompliziert und lang. Dahinter stecken aber so bekannte Marken wie Jakobs, Tassimo, Sensei und der gute alte Kaffee Haag. Wer auch immer den noch trinkt, Kaffee Haag. Ja, aber es scheint noch nachgefragt zu sein. 14 Prozent legt dir die Akte zu. Da geht noch was, ja. Ja, also wirklich, von wegen Kaffee Haag, we're out. Das hat sich richtig gelohnt. Das ist der größte Kurzsprung seit dem Börsengang 2020. Ja, der Grund, das Unternehmen hat den operativen Gewinn um 2 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro gesteigert. Das war offenbar deutlich über den Erwartungen. Und der Umsatz lag bei sieben Milliarden Euro. Und ja, toll, würde ich sagen. Und dazu noch einen leckeren Donut. Ja, das war klar, dass du das jetzt sagen würdest. Klar. So, ein paar Termine haben wir auch noch für euch. Die Deutsche Telekom, die legt die Jahresbilanz vor, genauso wie die Mercedes-Benz Group. Dann haben wir die Hauptversammlung von Siemens Energy. Es gibt Moderna-Zahlen für das vierte Quartal. Außerdem Quartalszahlen von Heidelberg Zement, Froster, Rolls-Royce, Alibaba, Coinbase. Z-Scaler, Etsy und Plug Power. Das Thema des Tages. Anja, kennst du diese Rubrik im Stern? Ich weiß gar nicht, ob es die immer noch gibt. Aber auf jeden Fall hieß sie immer, und ich habe es schon länger nicht mehr, ich lese den Stern jetzt nicht mehr so regelmäßig, aber sie hieß immer, was macht eigentlich? Ja klar, die ist super. Wenn du schon nicht mehr weißt, was was macht eigentlich, eigentlich macht, dann ist es schwierig. Aber ich finde die tatsächlich auch ein bisschen sentimental. Also da kommen ja oft Stars vor, die, naja, sagen wir mal, ihre beste Zeit schon hinter sich haben. Und manchmal lesen sich die Antworten dann auch tatsächlich so ein bisschen traurig, finde ich. Ja, ich habe das immer geliebt irgendwie. Und überhaupt finde ich, dass diese Dinge, die so fast vergessen scheinen, aber die noch da sind, manchmal ja auch prominenter und erfolgreicher denn je, aber manchmal eben dann auch nicht mehr so. So, das stimmt schon. Ich finde das total spannend. Und als wir gestern die Termine für heute vorgestellt haben, habe ich mir genau diese Frage gestellt, nämlich, was macht eigentlich Ebay? Ja, es ist wirklich eine gute Frage. Weil das ist ja eine der Marken und Websites, mit der wir praktisch, also unsere Generation digital groß geworden ist. Allein schon dieser Werbespruch 321 Mainz hat sich ja quasi eingebrannt, ich weiß gar nicht. Ja, genau, genau, genau. Da werden wirklich Erinnerungen wach. Ja, und? Was macht Ebay jetzt eigentlich? Ja, also zuerst kann man dazu sagen, oder ist zu sagen, was sie gestern Abend gemacht haben. Da brach der Kurs nämlich nach Börsenschluss deutlich um 8 Prozent ein. Und ja, die Zahlen waren ganz okay, der Ausblick halt nicht. Nettogewinn von 647 Millionen Dollar, der war, wie gesagt, im Rahmen der Wartung leicht drüber sogar. Umsatz verbesserte sich um 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 2,6 Milliarden. Und wie gesagt, die Umsatz- und Gewinnprognose für das nächste Quartal, für dieses Quartal, die blieben halt hinter den Erwartungen zurück. Ebay rechnet davor erst kaum mit Wachstum und das kam natürlich nicht so gut an. Ja gut, wo soll das Wachstum auch herkommen, wenn ich so auf das Unternehmen gucke, dann sehe ich da jetzt auch nicht so viel Fantasie. Eigentlich hat der Konzern ja alles, was sie mal attraktiv gemacht hat, inzwischen verkauft. Skype zum Beispiel, das wissen ja viele gar nicht mehr, dass das mal zu Ebay gehörte. Das ist an Microsoft verkauft worden. PayPal natürlich ist abgespalten worden und heute mit rund 120 Milliarden Dollar fast viermal so viel wert wie die frühere Mutter. Ja und sogar Ebay-Kleinanzeigen, das ist ja, da habe ich ja so mittlerweile meine häufigsten und fast einzigen Kontakte zu der Marke Ebay noch. Das gehört gar nicht mehr dazu, das wurde nämlich inzwischen zusammen mit mobile.de an den norwegischen Konzernen Adelwinter, heißen die, verkauft. Tja und was bleibt da noch, fragt man sich, ein bei Kundenzahl und Umsatz stagnierender Online-Marktplatz. 154 Millionen Nutzer sind es derzeit, immerhin. Ebay.de ist mit einem Volumen von 11,8 Milliarden Euro hier in Deutschland noch der zweitgrößte Online-Marktplatz vor Otto mit 5,5 Milliarden und natürlich Amazon mit einem Volumen von 35,4 Milliarden Euro. Ja, wenn man die Zahlen so hört, da könnte man ja fast denken, dass die beiden, also Amazon und Ebay, irgendwie doch noch in einer Liga spielen. Lange hatten die beiden Unternehmen ja auch relativ viel gemeinsam, sind fast zur gleichen Zeit gegründet worden. Amazon 1994, Ebay ein Jahr später und mit Beginn der Nullerjahre war Ebay auch lange Zeit wertvoller als der Laden von Jeff Bezos. Doch dann im Herbst 2008, dann kam es zum Wachwechsel. Tja und das war es dann mit gleiche Liga. Heute ist Amazon fast 1,5 Millionen Dollar schwer, Ebay wie gesagt 34 Milliarden, Amazon machte im vergangenen Jahr knapp 470 Milliarden Dollar Umsatz, Ebay besagte 11. Amazons operativer Gewinn 40 Milliarden Dollar, Ebay 4 Milliarden. Ja, das klingt danach, als würde Ebay in den nächsten Jahren zwar nicht verschwinden, aber nach besonders viel Fantasie klingt es eben auch nicht für die Aktie. Mit einer Ausnahme muss man sagen, NFT. Wir haben ja an dieser Stelle schon öfter über diesen aktuellen Hype gesprochen und Ebay wird immer wieder als Plattform genannt, die dort erfolgreich mitmischen könnte. Ja, im Mai vor einem Jahr hat Ebay angekündigt, dass sie mit dem Hosting von NFT-Verkäufen beginnen würden. Positiv ist, dass das Unternehmen ja das Vertrauen von Millionen von Nutzern genießt und eine Kaufgarantie bietet. Seit der Ankündigung dieses NFT-Marktplatzes hat Ebay allerdings nur wenige Details zu diesem neuen Geschäftszweig bekannt gegeben. Stattdessen haben sich da ja mittlerweile große Akteure wie OpenSea etabliert. Und viele hatten ja gehofft, dass das Thema NFT bei der gestrigen Quartalszahlenvorstellung eine Rolle spielen würde. Tat es dann aber leider nicht. Ja, also man kann sagen, besonders viel Fantasie steckt bei Ebay nicht drin. Aber immerhin wissen wir jetzt, was Ebay eigentlich noch macht. Die heutige AAA-Idee ist keine Börsenidee im klassischen Sinne, sondern es geht um die Aktualität. Gestern Abend hat die Ampelkoalition ein milliardenschweres Entlastungspaket für alle Bürger beschlossen. Und wir erklären euch die wichtigsten Eckpunkte und wem sie was bringen. Ja, der wichtigste Punkt sind eindeutig die Energiepreise. Da haben ja auch alle darauf gewartet, dass es da eben diese Entlastung gibt. Und jetzt gestern Abend gab es die Info. Die sind ja kräftig gestiegen in der Vergangenheit. Im Januar mussten Verbraucher 20,5 Prozent mehr dafür zahlen. Und nun will der Staat für Entlastung sorgen. Die EEG-Umlage zur Förderung von Ökostrom soll jetzt schon ab dem 1. Juli dieses Jahres ersatzlos entfallen. Und nicht erst 2023 wie bisher geplant. Es geht dabei um 3,723 Cent je Kilowattstunden Strom, den die Verbraucher dann jetzt nicht mehr zahlen müssen. Und das sind immerhin 10 Prozent des Endpreises. Ja, und was das bedeutet, hat das Preisportal Verivox ausgerechnet. Demnach dürfte ein Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden in diesem Jahr dadurch ungefähr 89 Euro sparen. Und bei Haushalten mit einem Jahresverbrauch von 6.000 Kilowattstunden geht es um etwa 133 Euro. Die Koalition erwartet außerdem, dass die Stromanbieter die Entlastung, ich zitiere, in vollem Umfang weitergeben. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ja, ich auch. Wichtiger Punkt auch, die Pendlerpauschale, die erhöht sich rückwirkend zum 1. Januar ab dem 21. Kilometer auf 38 Cent. Vorher waren es 35 Cent. Da muss der Bundesrat allerdings noch zustimmen. Und ja, die Regierung will damit vor allem Menschen in ländlichen Gebieten unterstützen, die weit entfernt von ihrem Arbeitsort wohnen. Wer weniger weit pendelt, soll aber nicht völlig leer ausgehen, sondern wird über eine höhere Werbungskostenpauschale ebenfalls entlastet. Genau, der sogenannte Arbeitnehmerpauschbetrag soll rückwirkend zum Jahreswechsel um 200 auf dann 1.200 Euro steigen. Und damit will die Regierung die arbeitende Mitte stärken, so hat das der Bundesfinanzminister Christian Lindner ausgedrückt. Auch der sogenannte Grundfreibetrag soll steigen und zwar um 363 Euro. Die arbeitende Mitte, das doch. Ja, da gehörst du dazu, Nando. Ja, ne? Die arbeitende Mitte, also Arbeiten, ja Mitte, könnte passen. Unterstützung soll es auch für Kinder geben, die in Familien mit kleinem Einkommen leben. Der Sofortzuschlag in Höhe von 20 Euro pro Monat soll ab dem 1. Juli ausgezahlt werden. Auch Hartz-IV-Empfänger sollen einen Zuschuss bekommen und zwar einmalig 100 Euro. Im Eckpunktepapier der Regierung ist da von einem, ja, Corona-Zuschuss wird das da genannt. Ja, und wegen der hohen Energiepreise sollen finanzschwache Haushalte außerdem einen Heizkostenzuschuss bekommen. Für Wohngeldempfänger sind 135 Euro vorgesehen, bei Lehrlingen und Studenten 115 Euro. Allerdings Verbraucherschützer kritisieren schon jetzt, dass das Geld bei weitem nicht reichen dürfte, um die erwartete Nachzahlung beim Strom gerade in den einkommensschwachen Haushalten zu stemmen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Christian hat geschrieben und sehr nett, das muss man sagen, darauf hingewiesen, dass uns gestern ein Fehler passiert ist. Die Porsche SE ist natürlich mittlerweile im DAX und nicht mehr im MDAX. Völlig richtig. Das Papier gehörte ja zu den Aufsteigern im September, als der DAX von 30 auf 40 Mitglieder erweitert wurde. Und da sieht man es mal wieder. Alles auf Aktien ist eben nur so gut und klug wie seine Community. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns dann wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.